Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Wir sind hier immer noch in Pudding and Pie. Und das nackte Häschen war hier hinter der Tür. Ich glaube, wir gehen da mal... Ach, wir gehen da mal direkt hin und gucken mal, ob sie da ist. Er hat das ja wohl anscheinend nicht mitgekriegt, der Georgie-Typ. Aha, was haben wir denn hier? Kosmetikprodukte. Notiz. Mhm, interessant. Regalfach. Okay, Schmuckdose. Und warum steht da mein Name? Da steht mein Name. Alexis. Okay. Ja, ich habe es euch verschwiegen. Ich arbeite auch im Pudding and Pie. Nein, Quatsch. Das wäre ja schrecklich. Ich glaube, dann würde ich... Ich würde jeden anderen Job lieber machen, als bei so einem Arsch wie so einem Georgie-Typen zu arbeiten. Und dann auch noch sowas. Aber es ist trotzdem lustig, dass der Name hier steht. Den Namen haben wir denn hier eigentlich noch? Johnny. Jade. Ich glaube, da steht Narcissa, aber mit S-S. Narissa? Narissa. Oder Nerissa? Und Ginger? Aha, okay. Gut. Dann gucken wir mal weiter hier um die Ecke. Ich hatte keinen Grund, aber jetzt bin ich hier. Sind die Beine ein Glimmer? Was machst du hier? Unter welchem... Sind die Beine ein Glimmer? Unter welchem Namen bist du jetzt bekannt? Was machst du hier? Oh, was machst du hier? Gleiches als jeder. Es ist ein Ort, wo ich bin. Woher soll ich denn sein? Mein Name ist Narissa. Ach, das ist Narissa. Well, Narissa, I've got some questions. Of course you do. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Lilly, gestern Nacht. Mr. Smith. Ich frag mal nach ihm. I need to know about one of Lily's clients. Calling himself Mr. Smith, apparently. We can't talk about work. This is a murder case. I mean, can't. These lips are sealed. Discretion is our guarantee. Ist mir scheißegal. Du hörst mich, sagen die Leute dauernd. Du, und das sagen die Leute dauernd. I design. People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Sheriff Wolf. Would you like to make an appointment with me? Ich bin nicht deswegen hier. Okay, was schlägst du vor? Ich glaub, sie muss den Termin machen, damit sie reden kann. What exactly are you suggesting? We could make all the usual arrangements. The usual place. Ähm. Okay. Okay. What would I need to do? So viel habe ich nicht. Gib ihr all dein Geld. Bezahl. Ich bezahle sie mal einfach. Manchmal muss man halt auch blechen, um an Informationen zu kommen. Das haben wir mittlerweile auch schon gelernt. Warte hier für einen Moment. Ja, jetzt kann sie dem Georgie das vielleicht verklickern. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt verklickert sie ihm das und dann kann sie vielleicht auch sprechen. Ich hoffe, das wird unsere Belohnung sein. Aha. 204. Alles klar. Not 207? Du denkst dir etwas. Die ÖPN-Arme. Hm. Das ist woher sie haben. Enjoy dein Leben. Ich hoffe, dass du findest, was du recherchst. Ja, eine Errungenschaft habe ich auch bekommen, made them cry. Jetzt würde ich gerne wissen, wer die Alexis ist, die da arbeitet, aber ich glaube, wir werden es leider nie erfahren. Aber immerhin haben wir die Meerungfrau kennengelernt. Das Open Arms Hotel, die Bronx, später Abend. So, und wieder können wir uns umgucken, schauen wir uns das Schild mal an. Das sieht echt abgefuckt hier aus. Ich möchte die Klingel noch nicht benutzen. Telefon kann man betrachten. Betrachten wir es mal. Ja, nicht mal telefonieren kann man dann anscheinend. Das ist auch blöd. Getränkeautomat. Na, komm. Ach, er ist ja schon ein cooler Typ, der Wolf, ne? Ja, ich denke mal, wir sollen die Klingel benutzen. Ja, ich hätte auch geklingelt. Hast du etwas zu verbergen? Ich muss gar nichts machen. Ich bin nicht wegen der Smasse hier. Geil. So solltest du das Biest sagen. Ist mir egal. Ich werde nicht sagen. Du solltest das Biest sagen, sag ich mal. Das ist ein Mann, Bigby. Er will mir das Recht machen, und er... Er hat einfach nicht gewohnt, wenn er wusste, dass ich das tun soll, damit wir nicht entfernen können. Du solltest wirklich sagen, Beast. Er ist schrecklich über dich. Ich werde, ich werde. Ich werde nur in meinem eigenen Zeit. Bei der Seite, danke für mich. Also, was du hier machst? Oh, du hast eine Schlüssel. Jemand anderes wurde gestorben, letzte Nacht. Ich habe gehört. Die Begründung war jemand, der mit dem Pudding & Pie arbeitete. Lily. Hat sie, äh, schon mal hier hergekommen? Oh, oh, ja. Der... der Troll. Ich sah sie. Ich meine, du weißt, wir haben nie wirklich gesprochen, aber... sie kam ein bisschen intimierend. Kanntest du Faith? Kennst du Tweedledee? Hast du Lily jemals mit jemand gesehen? Hast du Snow hier gesehen? Krass, dass Belle hier übrigens arbeitet. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und... äh, bin irgendwie erschüttert, was diese Frauen hier alles Jobs haben. Äh, als ob es in dieser Stadt irgendwie nichts anderes gäbe, was sie machen können, um ein wenig Geld zu verdienen. Aber okay. Kennst du Tweedledee? Hast du... ja, was frag ich denn mal... Hast du Lily jemals mit jemand gesehen? Ja, ich... ich frag mal danach. Kanntest du Faith? Ähm, hast du Snow hier gesehen? Vielleicht halt mit dem Glimmer getarnt? Mhm. Ähm, kennst du... kanntest du Faith? Ich frag auch mal danach. Ja, verständlich. Ähm, kennst du Tweedledee? Ja, verständlich. Ähm, kennst du Tweedledee? Ja, das war unsere Third Notice. Und seitdem, die Annoying Freaks haben mich verletztetig für die Geld und Interesse. Warum nehmen die Geld aus? Es war aus dem Krook-Din... ...Mann. Beauty. Du wirst nicht wie schade ich bin, Bigby. Ich hatte keinem mehr zu gehen. Schau, wenn das wieder passiert, komm mal zu sehen, oder Snow erst. Okay? Okay, dann komm mit. Wieder eine Errungenschaft bekommen. Ich kann wohl nicht wählen, die Wahrheit sagen. Du willst, dass ich lüge? Äh, 207 wollten wir uns angucken. Ja, das klingt super. Die Leute haben anscheinend echt Spaß hier. Ja, mal hinhören. Eigentlich müsste sie ja wissen, ob da jemand ist, aber okay. Ja, dann gehen wir da mal rein, oder? Gut, ist keiner da? Dann wollen wir mal. Ja, für 204. Lilly war hier. Öffne sie doch nicht bei sich auf. Lilly war hier. Ja, nun mach schon. Oh oh. Oh nein, er versteht's total falsch. Oh nein, ich arbeite an einem Fall. Du verstehst das falsch. Hör auf, Beast. Ich arbeite an einem Fall. Das ist eine Mörderinvestigation. Stop lying to me! What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, listen to me. There's nothing going on. I'm not... Hey. Master! I guess I finally see you for who you are. Stop! Stop it! Rede einfach mit deiner Frau. Tu das nicht. Ich will die nicht wehtun. Tu das nicht. You've been sleeping with her this whole time! We don't have to do this. Just calm down and... Beast! Na super. Völliges Missverständnis. What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me. She's my wife, Bigby. I told you. Just stop. 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 Oh my god. Was für ein Tooth? Oh my god. Whoa. Oh my god. Ach, können wir auch aufhören? Er hat genug. Ah. Jawohl. So ist die Tür wenigstens offen. Und so sieht Beast, dass hier was passiert ist. Das ist ja gut. Was hast du getan? Was? Was ist das? Bigby. Schau, was du an die Tür hast. Du kannst nicht nur so wie das, wenn du... Stand back. Du willst das nicht sehen. Oh, krass. Scheiße. Bleib draußen. Beauty. Stay in the hall. What? Why? What's going on? Oh! Oh my god. Don't touch anything. Is this? Is this? Lily met her client here. Mr. Smith. Whoever he is. And then? Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty. Hast du jemanden verdächtiges gesehen? Wer hat dieses Zimmer gebucht? Ist dir etwas merkwürdiges offen? Wer hat dieses Zimmer gebucht? So that's... Yeah. Still, this is no place for someone like you. I mean, look. Do you remember who rented this room last night? I don't think anyone did not last night. Maybe they have it long term. I don't know. How am I supposed to know? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Oh, das Biest ist auch nicht ohne, wenn der sich verwandelt. What kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. Ui, 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 ui. Kassettenspieler. Do all the rooms have these same clocks with the built-in Kassettplayer? I think so. Yes. Warum? Warum haben die das denn hier? Um ihr Gestöhne noch aufzunehmen auf dem Kassettenrekorder? Oder... Oh man, Märchenbuch. We shouldn't even be in here. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Monday version of her story anyway. Mhm. Okay. The whole book is about her? Yeah. Und dann kann man das hier nochmal ins Weinmann in einem großen Schloss. Sie hat Tochter des Prinzen. Muss ich halt jetzt nicht vorlesen. Äh... So. Nein, Sprache, ich darf nichts annehmen. Fühlte sie sich vor Gift? Oder sollen... Ist das ein bisschen anders geschrieben, das Märchen? Na gut, dann lese ich nochmal Schneewittchen vor. Es war ein Mann in einem großen Schloss. Da wuchs die Tochter eines Prinzen trotz einer eifersüchtigen Stiefmutter glücklich und zufrieden auf. Sie war sehr hübsch mit blauen Augen und langen schwarzem Haar. Ihre Haut war zart und fein und so wurde sie Schneewittchen genannt. Jeder war ganz sicher, dass sie sehr schön werden würde. Obwohl ihre Stiefmutter eine böse Frau war, war auch sie sehr schön und der Zauberspiegel sagte ihr dies jeden Tag, wann auch immer sie es dazu aufforderte. Sie klopfte an Schneewittchens... Das ist aber irgendwie eine andere Seite, ne? Das ist irgendwie ein bisschen... Also sie klopfte an Schneewittchens, steckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben es mir verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Den einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen. Ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vor Gift? Dann steht hier irgendwie Fuji, Red Delicious Empire. Nun lag Schneewittchens lange, lange Zeit... Oh, ich wollte das doch noch lesen. Dann nicht. Er mag hilflose Leute, er ist vom Tod besessen. Das Bett ähnelt dem Sarg. Oh Gott, schwierig. Ach, jetzt können wir doch noch... Ich wollte gerade sagen, ist ja auch doof. Dass man die Schrift so macht, dass man es lesen kann und dann wird man so rausgerissen. Gut, das ganze Märchen steht hier nicht, aber ich lese jetzt doch mal die letzte Seite vor. Nun lag Schneewittchens lange, lange Zeit im Sarg und verweste nichts, sondern sah aus, als wenn es stiefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam. Da kam, um zu übernachten, glaube ich. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und lag und las, was mit goldenen Buchstaben drauf geschrieben war. Was she breathing? Ja. Okay, wir haben die Hinweise zusammengefügt. Es ist, ja, wie kann man sagen, ein Mörder, der jetzt irgendwie die Schneewittchen eigentlich töten will, die Snow White, ist die dann nicht weiter immer in Gefahr, wenn der alles so dem Märchen nachahmt und die Frage ist, bleibt es dann bei dem Schneewittchen Märchen? Ist der nur darauf aus oder möchte der alle Märchenfiguren irgendwie nacheinander? Also da bin ich ja mal sehr gespannt, was da noch so rauskommt. Das scheint alles doch verwoben zu sein. Und eher per Glück habe ich jetzt so die richtigen Hinweise zusammengefügt, dass der das hier so ein bisschen nachbilden will mit dem Sarg. Ja, armes Mädchen, genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann.